Ich finde, Bildung muss allen Menschen offen stehen. Zugangshürden von finanzieller, struktureller und institutioneller Art müssen beseitigt werden. Es darf nicht schon bei der Geburt feststehen, welchen Bildungsstand ein Kind einmal erreichen wird. Ich finde, der Zugang zu Wohnen, Essen und Lehrmaterial sollte für alle Menschen gleichermaßen gewährleistet sein. Ich finde, die sogenannte Schuldenbremse ist keine Rechtfertigung dafür, dass der Staat nicht bereit ist, in Bildung zu investieren. Denn so gibt er jede Form von Gestaltungswillen auf und wird seinen eigenen demokratischen Ansprüchen nicht gerecht. Ich finde, wir, die Betroffenen der zerrütteten Bildungslandschaft, haben ein Recht auf eine solide Ausfinanzierung des Bildungssystems. Denn nur so kann genug Freiraum entstehen, in dem kritische und fundierte Wissenschaft aufleben kann. Bildung braucht gute Förderung von Anfang an. Die frühkindliche Bildung ist der Hebel für ein gerechtes Bildungssystem. Zugangshürden in diesem Bereich führen zu einer Verfestigung sozialer Ungerechtigkeit. Bislang ist die flächendeckende Versorgung von Kindertagesstätten nicht gewährleistet. Die Rahmenbedingungen an den Schulen müssen modernen Anforderungen genügen. Gut ausgeschattete Bibliotheken, kompetente Fachkräfte, eine zeitgemäße IT-Ausrüstung und Lernmittelfreiheit sind notwendige Garanten für eine gute Unterrichtsqualität in einem sozial gerechten Schulsystem. Statt einer unternehmerischen muss das Leitbild einer solidarischen Hochschule entstehen, in dem Studierende ihre Universitäten mitgestalten können. Zudem gehören Forschung und Lehre untrennbar zusammen. Wissenschaft darf nicht durch die Drittmittelfinanzierung bestimmt werden, damit ein gesamtheitlicher Ansatz von Forschung und Lehre verfolgt werden kann, der nicht nach der Verwertbarkeit durch die Wirtschaft beurteilt wird. Denkst du auch, Bildung braucht Offenheit, damit die Wertschätzung eines Menschen nicht von Bildungsstand und Leistungsfähigkeit abhängig ist, sondern dass die Menschen nach ihren Fähigkeiten und Interessen gefördert werden? Denkst du auch, Bildung braucht Infrastruktur, damit eine zukunftsfähige Ausbildung mit moderner Ausstattung und intakten Gebäuden gewährleistet sein kann? Denkst du auch, Bildung braucht Gerechtigkeit, damit gute Ausbildungschancen jedem Menschen in jeder Lebenslage offen stehen? Denkst du nicht auch, Bildung braucht Geld, damit die vollständige Finanzierung von Ausbildung, Forschung und Lehre sichergestellt ist? Wir denken, Bildung braucht dich! Setz dich ein für dein Recht auf gute Ausbildung. Besuch uns auf Facebook. Unterschreib die Petition. Und zeigt der Politik, dass Bildung mehr Aufmerksamkeit braucht.